Die Verbrecherbande, ja, die gehen in die Kirche, wirklich, ja, die gehen dauernd in die Kirche, ja, glauben, ja, die Seele kann frei gewaschen, ja, werden, ja, nein, das ist ein Irrtum, ja, die Seele kann nicht gewaschen werden, ja, die Seele bleibt die Seele, ja, da wird alles reingekrisselt, ja, und da kann man auch nichts löschen, ja, und wenn's du was gestohlen hast, doch, ja, und lebst von fremdem Geld sogar, wird es reingekritzelt, ja, und keiner kann das rausholen mehr, deine Schulden, was du gemacht hast, ja, oder du in einem Betrogen hast, doch, ja, alles wird gespeichert, ja, nix kannst du löschen, ja, ja, da kommst du in die Halle, ja, hundertprozentig, ja, ja, in Städteldorf, ja, ja, Eckendorf, Staden, Wörth, sogar, in Kastorf und in der Rostbach, ja, kommen viele, 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 ja, in die Halle ist doch klar, sie sind ein Freibrecherbande, ja, haben viele Millionen genommen, ja, dann schmoren sie in der Halle, ja, für immer, für immer, das ist doch klar, Der Himmel wird versperrt auch sein, da kommst du nie in den Himmel rein, sondern nur in die Halle, ja, da bleibst du immer, für immer, da, Aaaaaah!